Unsere Kunden wollen ein modernes, langlebiges und qualitativ sehr hochwertiges Produkt haben. Also wir haben mit den stetigen Kontrollen und der Verbesserung der Artikel jeden Tag zu tun, das heißt jeder Wunsch des Kunden wird sofort umgesetzt, fließt ein in die Produktgestaltung, wird sofort mit dem Lieferanten besprochen. Wir haben ja sehr enge Kontakte zu unseren Lieferanten weltweit. Wir liegen in der Retourenquote unter einem Prozent. Da sind wir sehr stolz drauf, bei der Masse von fast 12.000 Artikeln, die wir im aktiven Sortiment haben. Wir betreiben insgesamt die Aufwände für alle Artikel gleich, weil wir müssen 100 Prozent Qualität liefern und das ist unser Anspruch. Unser Sortiment nachhaltiger gestalten tun wir, weil wir bereits viele, viele Kontakte hier auch in Europa haben. Das heißt, wir versuchen auch hier die Transportwege sehr, sehr viel geringer zu halten, die Ressourcen zu nutzen, die wir auch in unterschiedlichen europäischen Ländern vorfinden. Nachhaltigkeit ist dem Unternehmen sehr wichtig und momentan bin ich halt dabei, die Verpackung zu optimieren, weil das natürlich ein sehr, sehr großer Faktor ist, wo wir auch viel Verbesserungspotenzial noch rausholen können. Ist da Luft in der Kartonage oder welche Materialien wurden eingesetzt zum Verpacken? Auch da gilt natürlich der Grundsatz, vermeiden, ja, aber auch verringern und natürlich Ersatzmaterialien einsetzen. Selbstverständlich halten wir uns bei den Produkten an die gesetzlichen Vorgaben, nur wir als Bolze wollen einfach noch mehr und noch mal einen Schritt weiter gehen. Daher achten wir gerade bei Papier- und Holzprodukten darauf, dass wir auf FSC-zertifizierte Produkte setzen. Dünne Sektions Dünne Sektions Dünne Sektions Vielen Dank.